Hallo da draußen und herzlich willkommen. Das Bild, was ihr gerade seht, jetzt muss ich noch mal selber gucken. Ja, von Marco Müller. Marco, das Bild ist zu klein. Ich kann es nicht mal vergrößern, obwohl das Bild gut ist. Deswegen habe ich es auch drin gelassen, weil ich mir dachte, jetzt brauche ich nicht die Welt checkig zu machen. Ich, ehrlich gesagt, du hast gesteckt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich gehe jetzt mal hier in der Vergrößerung einen Tacken hoch. 200 Prozent, das macht jetzt auch nichts. Es sieht nicht so scharf aus, aber ich bin mir sicher, es ist scharf. Wodu, also das ist das einzige, was mir so auffällt, weil das ist ja ein gestecktes Bild. Man hat halt Probleme und ich würde, also als erstes mal hier am Rand, musst du noch die Stacking-Fehler abschneiden. Ja, also hier gibt es solche Linien. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Aufnahme. Wenn ich jetzt noch weiter vergrößer, dann kommt das hier so ein bisschen raus. Das kommt durch Stacking, weil ja natürlich die Bildgröße sich etwas ändert und das führt eben zu diesen Sachen. Da musst du ein bisschen abschneiden. Das ist das eine. Hier unten, das wäre das andere. Hier siehst du, ich bin jetzt in der Pixel-Auflösung. Ja, aber hier siehst du auch, hier gibt es eben so Schatten. Das kommt vom Stacking. Vielleicht jetzt auch ein bisschen durch die Komprimierung. In JPEG musst du dir live zu Hause ansehen. Da würde ich noch ein bisschen Retusche machen. Ansonsten ist das super gut. Hast du Glück gehabt, dass die Fliege so lange still gehalten hat. Wenn man das Outdoor versucht und live stackt. Ja, es ist eine Challenge für sich. Jeder von euch kann das gerne mal versuchen. Der Hintergrund ist toll. Vielleicht hätte man auch noch hier diese Linie so ein bisschen. Aber ach, wisst ihr, manchmal kann man es auch übertreiben und deswegen möchte ich hier gar nicht viel sagen. Du siehst hier drin ist auch noch ein Fehler. Der kommt durch Stacking zustande. Da muss man gucken, ob man, ob man da wirklich mit Photoshop und seinen Künsten zu retuschieren noch was erreichen kann. Es passiert einfach was beim Stacking und es sind, ich sag mal normale Fehler. Damit muss man leben oder eben, ja, überlegen, wie man sie retuschetechnik mäßig beseitigt. Ja, ansonsten tolles Bild. Jetzt gerne in groß gesehen, weil es sieht richtig toll aus. Und auch, ja, ich wüsste nicht, was man daran ändern sollte. Außer diese kleinen Dinge. Ja, aber das fällt mir auf. Anderen fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Danke. So, wieder ein Makro Bild. Diesmal von Markus. Jetzt weiß ich nicht, wie man dich ausspricht. Ich sage jetzt mal Klüter. Könnte richtig sein. Also ein Y ist drin. Kein Ü. K-L-Y-T-T-A. Was hast du mir geschrieben? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ja, ist gar nicht so weit weg. Aber ansonsten sehe ich da nichts zum Bild. Also gucken wir mal in die Informationen. Eine Nikon D5600. Also eine Grobkamera. Ein Tamron Objektiv. Ja, Belichtungszeit 640. Blende 8. ISO 100. Die Brennweite bei 400. Das entspricht 600 Millimeter im Vollformat. Das ist natürlich ein Haufen Holz. Ja, also das ist wahrscheinlich für dich erstmal ein gutes Bild. Aber du wirst mir verzeihen, wenn ich sage, das geht besser. Nur ich weiß jetzt nicht, wie viele Bilder du gemacht hast, um dieses Bild zu bekommen. Mehr rausgehen. Also das Makro, das ist an der richtigen Stelle scharf. Aber das Problem ist halt die Blüte, der Schnitt. Ich hätte versucht, zum Beispiel das hier wegzumachen, das hier dunkler zu machen, wenn man jetzt wirklich nicht noch mehr abschneiden will von dem Bild. Es ist ja scharf. Ich gehe mal hier näher dran. Also hier auf die Blütenpollen. Der Flügel ist natürlich schwierig. Wo soll die Kamera scharf stellen? Man muss das wahrscheinlich mit einem Fokuspunkt irgendwie hinbekommen. Also dass hier die Schärfe liegt und auf dem Flügel finde ich gut. Das Hinterteil ist dann natürlich nicht mehr scharf. Da die Biene ja auch nicht still hält, ist das mit Fokusdecking ein Unding. Das weiß ich auch. Aber ja, also mir gefällt halt das so alles nicht. Das ist so wie ein Schnappschuss. Und das ist nicht böse gemeint. Wenn das eines deiner ersten Makro-Bilder ist, wenn du da noch nicht so Erfahrung hast, mache mehr Bilder und dann wirst du sehen, welche Bilder und auch warum diese Bilder plötzlich viel, viel besser sind wie die anderen. Und das Frühjahr kommt. Du hast ein Objektiv, was ordentlich scharf ist. Und jetzt brauchst du nur noch die richtige Position zur Blüte. Vielleicht sogar, wenn die Biene rausfliegt. Du musst halt alles vorbereiten. Mit Stativ vielleicht. Wenn kein Wind geht, ideale Bedingungen. Übung. Das hier ist Übung. Das Bild an sich, das ist da scharf, wo es scharf sein soll. Auch mit dem Flügel finde ich gut. Aber ich würde zum Beispiel viel mehr abschneiden. Wenn ich jetzt das Bild so bekommen hätte, also nur die Blüte außen, würde mich das viel mehr faszinieren, als dieses ganze hier, dieses Gewusel hier außenrum. Ist schwierig. Vielleicht findest du auch mal ein Makro-Objektiv, also ein richtiges Makro-Objektiv, wo du noch näher rangehen kannst. 600 Millimeter beziehungsweise 400 Millimeter. Das ist eine Hausnummer. Das muss man auch erst mal bedienen können. Probier's. Aber wie gesagt, ja, ist ein Anfang. Aber ich würde das Bild jetzt nicht hoch favorisieren. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Also bitte Markus, nicht böse sein. Für dich ist das wahrscheinlich ein Highlight, die erwischt zu haben. Gehe raus, wenn jetzt der Frühling kommt, wenn die ersten Blumen da sind, Krokusse und so weiter. Da sind die ersten Bienen auch nicht weit und die ersten Hummeln. Und da wirklich hinsetzen. Und da machst du nicht nur 50 Bilder, da machst du mal 200 Bilder und guckst die dann an. Und am besten gehst du am nächsten Tag gleich wieder raus und guckst sie wieder an, um zu verstehen, wie was oder wo was besser aussieht und warum das besser aussieht. Du kommst da ganz von alleine drauf, bin ich mir absolut sicher. Und ja, das war's fürs heutige Video. Danke, ciao, tschüss, euer Smen.